Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Willcrafted Video. Also, wenn es ein bisschen stottern tut, könnte es sein, dass ich... Für... Oh Gott, irgendwas ist gerade hier los. Irgendwas stimmt gerade nicht. Irgendwas ist schon wieder los. Ähm, denn irgendwas... Entschuldigung. Auf jeden Fall ist irgendwas mal wieder los, weil ich gerade mein Video von Horsheim hochladde. Und ein paar Videos zeigen nichts mehr, was es soll. Ich muss erst mal kurz alles abchecken. Moment. Äh, bis gleich. Wir machen sofort noch was. Ich bin jetzt gerade noch etwas durcheinander. Bis gleich. Gut, bitten wir dann. Es backt irgendwas mal wieder stark. Hm. Auf jeden Fall ist... Was? Was stande da? Ich sage mal, ist mein Internet nicht korrekt? Rückstärker? Nein, mein Internet ist okay. Okay, jetzt geht's wieder. Äh, wer ist denn da? Hoppa. Komm, wir gehen mal zu ihr. Wenn ich darf. Moment, ich mach mal kurz. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin tatsächlich wieder rausgeflogen. Irgendwas stimmt mal wieder nicht mit den... Äh... Ja. Irgendwas stimmt schon mir nicht. Ich muss wieder die Weltanschein mal wieder hochladen. Nein. Irgendwas stimmt nicht. Das weiß ich. Also, mal ehrlich. Wieso? Was ist denn... Jetzt lass mich doch mal erwähnen. Wieso muss ich sie mir wieder runterladen? Wieso denn? Ich hab schon alle runtergeladen. Deswegen... Okay. 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 Es spackt gerade. Mega. Könnte wirklich sein, weil ich gerade im Hintergrund das machen tun. Ähm... Ist jetzt ein bisschen umständlich. Gut, dann mach ich das in Off. Dann geht das meistens immer leichter. Aber... Ja... Was machen wir denn heute? Wir leveln... Oder versuchen wir es zumindest... Ein Level aufzustiegen. Denn... Ähm... Es gibt ja in Willcraft zur Zeit noch nichts zu zeigen. Deswegen muss ich noch warten, bis ein neues Update kommt. Ja. Gut. Äh... Pfff... Gut. Ja. Ja, heute hat ja... Mesen Horse, wenn ich schon gesagt habe... Ähm... Es fängt ja wieder die Schule an. Also, bei mir ist sie angefangen. Aber es wird nichts mit dem Video ansehen. Ich werde jeden Tag die zwei Upala... Zwei Videos... Ähm... Zwei Videos... Häufig im Unwildcraft machen. Okay, Entschuldigung. Da habe ich gerade einen Hustenanfall bekommen. Da habe ich mich verschluckt. Also, ich mache das jeden Tag. Auch wenn ich Schule habe. Ich habe sehr viele Sektionen. Das ist normal, weil ich jetzt in der siebten bin. Ja. Streamen werde ich aber immer noch. Aber, ähm... Freitag habe ich auch viele Stunden. Deswegen werde ich das am Wochenende machen. Am Samstag, denke ich. Am Samstag werde ich, ähm... Wenn irgendwas dazwischen... Also, diesen Samstag nicht. Weil ich bei einer Aufführung für die zwei Kinder, die neu in die Schule kommen, machen tue. Ja. Deswegen. Aber sonst ist alles wieder beim Alten. Ich werde Videos machen. Wie gesagt, es wird sich nichts verkürzen. Ich werde alles machen. Genau wie vorher. Und bei mir ist gerade, äh... Es kam gerade das neue Video online. Ich muss nur noch ein Thumbnail hochladen. Da muss ich mir noch ein schönes aussuchen, denn ich habe ja recht viele. Ja. Ja, denn ich mache das nebenbei, denn ich muss mich beeilen, weil ich jetzt noch ein bisschen was machen tue, bevor ich dann wieder gehen muss. Was nehmen wir denn da für ein schönes? Ich weiß gar nicht, ob ich das Bild schon habe. Hm, wir schmeißeln das noch. Ja, deswegen. Es tut mir leid, dass ich jetzt einen Hintergrund mache, aber sonst machen wir ja sonst nichts. Weil, ähm, ja. So, jetzt wollte ich mal gucken. Irgendwie, ach komm schon, spiel, beruhig dich doch mal wieder. Ja, ich mache mal einen kurzen Cut. Bis gleich. Okay, ich habe nicht dasselbe Video genommen, aber jetzt machen wir wieder, ähm, äh, Musik an. Ja, also ich würde nicht kürzer reden, ich würde auch, äh, everyone, oder, äh, nee, everyone, genau, everyone würde ich auch mal, äh, werde ich auch mal zeigen. Ähm, ich habe das Spiel nicht endlich wiedergefunden, weil der Kanal Sepp, also Cutty, dieses Spiel gespielt und ich habe es jetzt endlich wiedergefunden. Und das habe ich damals schon im Auge gehabt, aber da konnte ich es nicht machen. Oder ich habe es aus den Augen verloren. Ich habe es ja schon gespielt. Aber dann musste ich es runterschmeißen wegen meinem Handy. Ja, ich habe es dann durch Sepp wiedergefunden. Yay. Und jetzt spiele ich das auch. Es ist halt eigentlich nur für nebenbei das Spiel, aber es macht Spaß, wenn man es richtig macht. Ja. Ich könnte es auch mal zeigen, wenn ihr es möchtet. Könnte ich euch everyone auch mal zeigen. Boah, warum auch nicht? Ja. Und sonst habe ich ja sonst nichts vor und ich habe vergessen, die Musik anzumachen. Es sind zwar nur ein paar Minuten, aber es wird es. War es gut. Tup, 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 tup. Also für mich klingt das jetzt weihnachtlich, das Lied, was ich jetzt ganz jetzt an... Denn das ist von Star Stable. Das gucke ich mir immer noch an. Ups. Und das ist Dressur Battle 2 Star Stable. Und das ist die Dressur Community. Da ist der Kanal. Und ich habe jetzt gerade Schluck aus, deswegen klinge ich mal schnell ins Schluck. Bin wir da. Also ich finde es richtig schön, was sie jetzt in Star Stable machen. Na klar. Was soll man jetzt in Star Stable machen? Weil, ja, kann man nichts. Deswegen habe ich eigentlich langsam aufgehört damit. Erstens, weil überhaupt nichts mehr interessant ist kann. Klar, man konnte jetzt was mit Freunden machen. Aber sonst nichts weiter. Ich mag Star Stable Star Stable. Das war eigentlich mein erstes Computer Spiel, generell, was ich gespielt habe. Ja, vorher brauch ich noch keinen Star Rider. Und dann habe ich halt Mama, meine Mutter gefragt. Ja. Dann haben wir das halt runtergeladen und, und, und. Und dann habe ich ja dann angefangen zu spielen. Mit Level 6 dann, äh, habe ich mir dann Star Rider geholt. Oder meine Mama eher gesagt. Meine Mutter, ja. Ja, und dann habe ich eigentlich angefangen. Damals konnte man noch so viel tun. Ja, aber jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich auch langsam aufgehört damit. Und falls es wieder spielen sollte, kann ich das, werde ich das nicht filmen. Film. Weil, dann müsste ich mir zwei Programme rüberholen. Das erste, damit ich das besser machen kann. Und zweitens, wenn ich dann einen Cut mache. Ich habe es ja vorher mit meinem Tablet, Tablet aufgenommen. Ja. Deswegen, das wollte ich dann einfach nicht mehr so. Deswegen habe ich ja dann andere Spiele einfach gespielt. Entschuldigung, der war ich etwas zu schnell mit meinen Fingern. Und dann auch den, äh, Ruheknopf quasi gedrückt. Ja, morgen geht es dann wieder weiter. Ich hoffe, ich werde heute noch irgendwie Exklusives wiederzüchten können. Und mein Speer-Elf-Einhorn. Ich werde Skylar niemals verkaufen. Dafür habe ich sie zu viel trainiert. Und wenn, wird ein anderes Speer der Runde. Wie Luca. Luca hat ja auch Gold. Ähm, deswegen. Ich mache mal hier einen Kotz und Tab, damit ich Wichsen ein Pore-Level schaffe. Ja, bis gleich. Also, ich müsste jetzt aufhören, weil ich wieder mal weg muss. Wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen was gemacht. Das Problem ist halt, es dauert jetzt mega lange, auch mit Wild Club, bis ich endlich auflevele. Ja. Es hat sehr lange dauert mit meinem Wolf. Und da hatte ich nicht mal Wild Club. Ja. Es dauert halt. Wild Club dauert ja sehr lange. Hier habe ich leider noch keins, obwohl ich diese beiden sehr cool finde. Äh, wir machen jetzt mal elf Minuten, um Euch die Skins zu zeigen. Bei den Rech habe ich tatsächlich diese hier alle. Ich finde den hier aber ein bisschen hübscher als den. Ja. Hier habe ich tatsächlich die hier schon. Ähm, das finde ich tatsächlich mehr schweinemäßig. Ja. Ja. Bei denen habe ich fast alle. Mir fehlt nur noch einer. Hier finde ich auch alle ganz cool. Stimmt, wir nehmen mal, ich finde den hier ganz hübsch. Den finde ich sehr hübsch. Ich nehme mal einfach den mit hellgrünen Augen. Ähm, ja, hier habe ich leider noch keinen frei. Das sieht ein bisschen nackt aus. Das sieht noch ganz okay aus. Diese beiden sind auch hübsch. Der hier auch. Ja. Wir stylen die jetzt mal ein bisschen um. Hier habe ich nie so viele Farben, aber die Lian nehme ich. Bei Naushorn habe ich diese ganz. Das ist auch wieder Schweinchen. Das ist Schweinchen. Das ist Sonnenbrand. Das ist der großen Sonnenbrand. Das sieht sehr cool aus. Ich nehme aber die hier mit Orangen innen. Und bei den Papageien habe ich die hier alle freigeschaltet. Und ich nehme diesen hier. Ich würde mich freuen, den hier. Also den oder den zu bekommen. Aber ich habe leider nur den und den. Deswegen nehme ich den hier mit braunen Augen. Das war es aber für heute. Äh, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.